Guten Morgen aus Mittelhessen an diesen 22. März. Kein 3G mehr in Bus und Bahn, Rente ab 70 und Warnstreiks am Frankfurter Flughafen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die Debatte über ein sogenanntes Renteneintrittsfenster anstoßen. Die Überlegung, viele Unternehmen in Deutschland finden schon jetzt nicht genügend qualifizierte Fachkräfte, aber das Problem dürfte sich in den kommenden Jahren noch verschärfen. Die Menschen, die im Landkreis Limburg-Weilburg im Jahr 2020 in Rente gegangen sind, waren im Schnitt 65,4 Jahre alt und könnten bald im Schnitt 70 Jahre alt sein. Dass sehr Ralf Fischer, Sprecher der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar kritisch, denn man darf dabei nicht vergessen, dass die Babyboomer-Generation, um die es in der aktuellen Diskussion vor allem geht, durch einen im Vergleich hohen Anteil von Fachkräften mit einer betrieblichen Ausbildung gekennzeichnet ist, erklärt Fischer. Das heißt, sehr viele von ihnen sind schon mit 15 oder 16 Jahren ins Erwerbsleben eingetreten. Kaum eine andere Generation hat so viele Veränderungen in der beruflichen Laufbahn erlebt, wie die 60er-Jahrgänge. Viele dieser Arbeitnehmer müssten 50 Jahre und länger arbeiten, um überhaupt das aktuell beschlossene reguläre Renteneintrittsalter zu erreichen, so Fischer. Für den Notfall, so rät die Bundesregierung, soll sich jeder mit Lebensmitteln für 14 Tage bevorraten. Was in normalen Zeiten vor allem sogenannte Prepper akribisch umsetzen, nehmen angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges immer mehr Menschen ernst und füllen die eigenen Lager. In gleichem Maße aber leeren sich die Regale in den Supermärkten. Für Matthias Mitsch, den Inhaber des Dillenburger Edeka-Marktes, wiederholt sich dieser Tage die Geschichte und das schneller als gedacht. Gerade mal zwei Jahre ist es her, als schon einmal Artikel des täglichen Bedarfs, wie Mehl, Nudeln, aber auch Klopapier zur begehrten Mangelware wurden. War es seinerzeit Corona, die zu ausufernden Hamsterkäufen führte, hatte Mitsch diesmal mit den anlaufenden Spenden für die Ukraine eine schnelle Erklärung für die gesteigerte Nachfrage. Ich habe da ja auch mitgemacht, berichtet der Edeka-Leiter und erklärt, was sich daraus entwickelt hat. Die Leute haben dann die sich lehrenden Regale gesehen und in den Medien ist dann noch darüber berichtet worden, beschreibt er die Eigendynamik, die dann zu den aus seiner Sicht völlig unnötigen Hamsterkäufen geführt hat. Der Kunde sieht das leere Regal und denkt, alle haben sich bevorratet, nur ich nicht. Wer in Hessen mit Bus und Bahn unterwegs ist, muss nicht mehr nachweisen, dass er oder sie geimpft, genesen oder getestet ist. Die 3G-Regel gilt im ÖPNV und Fernverkehr in Hessen ab sofort nicht mehr. Die Maskenpflicht bleibt jedoch bestehen. In Bus und Bahn sowie in Bahnhöfen muss eine FFP2-Maske oder eine OHP-Maske getragen werden. Diese Regel soll auch ab dem 3. April, wenn auch in Hessen die meisten Corona-Beschränkungen fallen, weiterhin Bestand haben. Die Deutsche Bahn hatte die Regelung für ihre Fern- und Regionalzüge bereits am Wochenende, nach rund 4 Monaten, offiziell auslaufen lassen. Auch dort gilt seitdem wieder, Maskenpflicht, aber keine Zugangsbeschränkungen mehr, Ausnahme ist die Bordgastronomie. Ebenfalls sind hier OP sowie FFP2-Masken zugelassen. Im Tarifkonflikt der Flughafen-Sicherheitsbranche ruft die Gewerkschaft Verdi zu einem nahezu flächendeckenden Warnstreik auf. Heute sollen unter anderem an den Flughäfen Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf und Köln-Bonn die Kontrolleure den ganzen Tag die Arbeit niederlegen. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt werden wegen fehlender Kontrollen erneut keine Passagiere zusteigen können, wie der Betreiber Fraport mitgeteilt hat. Für Notfälle und Umsteiger ist ein Notdienst eingerichtet. Bereits in der vergangenen Woche hatte Verdi zeitversetzt an mehreren Flughäfen ganztägige Warnstreiks durchgezogen, was zu Protesten bei den Flughäfen und Fluggesellschaften führte. Nun noch ein Blick auf die Lage in der Ukraine. In einer Videobotschaft an alle Ukrainer hat Staatschef Volodymyr Zelensky seine Landsleute erneut zum Widerstand und zum Durchhalten aufgerufen. Gleichzeitig meldet die ukrainische Spionageabwehr ein mögliches Attentat auf Zelensky verhindert zu haben. In Russland sorgt unterdessen eine möglicherweise irrtümlich veröffentlichte Opferzahl für Aufsehen. Und die Polizeigewerkschaft GDP fordert an den deutschen Bahnhöfen Schutzzonen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Der für die Bundespolizei zuständige GDP-Vorsitzende Andreas Roskopf warnt, Kriminelle gingen gezielt auf junge Frauen und Kinder zu, bevor die Polizei auch nur in Kontakt mit ihnen komme. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM